Verbrecherische Mächte nahmen sein Leben. Eine außerirdische Macht gab es ihm zurück. Er ist ein Phantom. Ein kosmischer Geist. Interceptor. Du bist wohl neu in der Stadt. Ja. Wer ist der Kerl? Er war plötzlich da. Ich weiß nicht, wer er ist und woher er kommt. Hast du schon mal so einen gesehen? Nein, scheint ein neuer Italiener zu sein. Oh, klar! Da draußen ist ein Verrückter, der seinen Wagen als Mordwaffe benutzt. Nicht, dass ich um euch Sorgen hätte. Ihr habt genug auf dem Kerbholz, dass ihr einen Denkzettel verdient. Festhalten! Nein, ab! Er ist ein Gespenst, Mann. Ein Geist. Ein Phantom, ob du es glaubst oder nicht, Skank. Was soll der Quatsch, Packard? Lass mich los! Putzen, steig ein! Packard, bist du verrückt? Verpiss dich, Burger, oder willst du draufgehen wie dein Bruder? Ah! Er ist, Skank! Wer ist der Kerl? Keine Ahnung, aber er hat ein paar verdammt ausgeflippte Tricks drauf. Ah! 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 Ich hab seine Augen gesehen, Loomis! Wer bist du? Wer bist du? Ah! Interceptor. Wenn du ein gutes Gewissen hast, brauchst du ihn nicht zu fürchten. GASP ARD Text im Auftrag des WDR GASP U BURG ARD Text im Auftrag des WDR